Soll ich jetzt mal richtig ehrlich sagen? Ja, sei mal richtig ehrlich. Also ich dachte, als wir uns das allererste, aller, aller, allererste Mal gesehen haben, hätte ich niemals gedacht, also du denkst als 16-Jähriger nicht so, dass du so lange mit dieser Person zusammenbleibst. Ich wollte eigentlich gerne mit dir... Wollte ich mich kennenlernen? Oder was? Ich... Also ich wollte... Ich hätte nicht... Ich hätte... Spanier! Doch Spanier? Spanier was? Also Spanier. Spanier dann.